Das ist Perl TV. In den Nachrichten gesehen, da haben also verschiedenste Vertreter unterschiedlichster Branchen genau darüber noch gesprochen, dass sich also die Lieferkettenproblematik in diesem Jahr nicht großartig gebessert hat im Vergleich zur 2021. Sei es aber drum, Sie wissen natürlich, dass wir Ihnen bei der mobilen Energie, bei der Steckdose zu mitnehmen, bei Ihren Energiekofferpaketen jetzt hier, natürlich unterschiedlichste Liefertermine angeboten haben und die gute Nachricht folgt jetzt, wir können sie halten. Also am 10.2. wird voraussichtlich tatsächlich jeder Einzelne bedient, der für diesen Termin vorbestellt hat, wenn Sie für März vorbestellt haben. Und da auf der Warteliste stehen, wird das wahrscheinlich auch stattfinden. Wer das noch nicht getan hat, der sollte sich bitte ein Stück weit ranhalten. Alles, was danach kommt, ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das bedeutet also hier speziell die Lieferung im März ist zu ungefähr 70 Prozent oder mit 70 Prozent zu einem Großteil schon weg. So, jetzt sind Sie bestens darüber informiert, wann was kommt. Diejenigen, die im Februar darauf gewartet haben, werden sehr glücklich sein, wenn der Postbote klingelt. Aber worauf freuen sich die Leute denn eigentlich? Ja, auf den Stromspeicher des 21. Jahrhunderts, die Energieversorgung. Übrigens noch einen kleinen Seitenschub am Ende der Sendung, werden wir hier auch noch unser beliebtes Powerpack haben. Das ist sofort lieferbar. Und hier, wie angekündigt zu den Terminen, die wir sagen, kommt es zu Ihnen. Und Sie sehen jetzt gerade hier, ich lade mein Gerät gerade und zwar das ganz intelligent über Sonnenlicht. Hier im Studio ist es Studio-Licht, aber Sie sehen hier, das ist die intelligenteste Lösung. Und deshalb haben wir hier auch eine Kombination Solarzelle, 260 Watt Leistungsaufnahme und Stromspeicher. Und natürlich, da habe ich mich gerade richtig verstanden, du lädst gerade die Energiereserve über das Solarpanel mit künstlicher Beleuchtung? Also, Tageslicht reicht aus, hier haben wir jetzt nur künstliches Licht, aber natürlich, das sind Solarzellen, die reagieren auch auf unsere Scheinwerfer. Das ist der Hammer. Jetzt ist das natürlich, die Scheinwerfer kosten Strom, das ist jetzt nicht so ganz optimal, aber bei Ihnen zu Hause Sonnenlicht, Tageslicht, auf Balkon, auf Terrasse, das Solarpanel aufstellen, das ist mobil, das ist faltbar. Und dann den Strom, den man erzeugt, hier abspeichern in diesem Powerpack. Und diese Kombination ist einfach das Cleverste, weil wir haben unser größtes mobiles Solarpanel, welches wir hier sehen, 260 Watt Leistungsaufnahme in Kombination mit allen Anschlusskabeln und Adaptern und unser größter Stromspeicher. 2000 Watt kann ich hier entnehmen, Geräte nur über die 230 Volt Steckdose über 2000 Watt dauerhaft betreiben. Und ich habe hier mal so ein paar Beispiele hingestellt, Staubsauger, der hat nur 900 Watt laut EU-Versorgung. Wir haben hier hinten mal einen Heizstrahler und da können wir uns auch mal die Gaudi machen, den einzustecken. Komm, mach mal ins Frischungsstudio hier. Jetzt schau mal, jetzt mache ich mal hier einschalten, du siehst, das haben wir hier, jetzt schalte ich den Wechselstrom zu, das sehen wir hier an dieser Kurve, der reinen Sinuskurve. Und jetzt stecke ich mal einen Heizstrahler, damit es hier ein bisschen warm wird, ein und du siehst, er wird jetzt gleich, er ist eingeschaltet, jawohl, und in wenigen Sekunden wird er uns die Wärme von hinten bringen. Und das sind Extrembeispiele, aber was hiermit möglich ist, erstens mal mit neuster Akkutechnologie, komme ich vielleicht noch drauf, aber es ist eigentlich unbegrenzter Strom, den ich überall hin mitnehmen kann. Hier sprechen wir von Gewicht, also auch transportabel, von gerade mal 20 Kilo, das ist also ein bisschen mehr als eine Kiste Bier, aber das kann ich mitnehmen auf Baustellen, Campingplatz, Wohnwagen und Ähnlichem. Und merkst du die Wärme, guck mal, und der Heizstrahler. Ja, der braucht einen Moment, um da zu sein, aber jetzt ist er da, und der wird jetzt ganz einfach mit mobilem Strom gespeist, der jetzt hier aus unserem Powerpack rauskommt, das ist ja genial. Also egal, wo ich den einsetzen möchte, diese Kombination ermöglicht mir den Einsatz überall, wo ich will. Ja, und jetzt wird es noch viel genialer, weil es gibt natürlich auch andere Stromspeicher, aber während die geladen werden, kann kein Strom entnommen werden. Das ist häufig so, ja. Du siehst, ich entnehme Strom und gleichzeitig, das sehen wir aber an dem leichten Blinken, lade ich jetzt den Strom. Also ich kann das auch tagsüber parallel Solarpanel angeschlossen lassen und Strom entnehmen. Und jetzt im März die nächste Lieferung ist genau rechtzeitig, vor Ostern, vor Pfingsten, wenn die ganze Campingsaison wieder losgeht, wenn man mit einem Wohnwagen unterwegs ist. Und alle Wohnwagenbesitzer oder auch Wohnmobilbesitzer wissen, man ist einfach in dem Wohnwagen oder im Wohnmobil eingegrenzt. Jetzt stellst du das irgendwo hin, Solarpanel kann man in dem Fall sogar aufs Dach legen oder wenn man irgendwo parkt, aufstellen und versuchst oder hier schaffst du deine eigene Versorgung. Jetzt müssen wir hier über die Technologie sprechen. Akku ist ein ganz besonderes, ein Lithium-Eisenphosphat-Akku. Und das hat unglaubliche Vorteile. Erstens mal auch wieder für die Umwelt, wesentlich weniger Schwermetalle als Lithium-Ionen-Akkus. Dann die Hitzebeständigkeit ist enorm, also keinerlei Gefahren, die vom Akku ausgehen. Und jetzt kommen wir für mich zu den Hauptsachen, auf kleinstem Raum größte Kapazität und vor allem eine Langlebigkeit. Da sehen wir das nochmal, L-I-F-E-P-O-4, das ist Lithium-Eisenphosphat. Wesentlich sicherer, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit, eine bewährte Technologie und wesentlich umweltverträglicher. Und zur Umweltverträglichkeit gehört auch die Langlebigkeit. Der Hersteller gibt an, 2000 Ladezyklen ohne Kapazitätsverlust. Und wenn du jetzt mal regelmäßig hier Strom entnimmst und den einmal in der Woche aufladen müsstest, das ist jetzt nur eine Beispielrechnung, hast du ja 50 Ladungen. 2000 heißt 40 Jahre. 40 Jahre ohne Kapazitätsverlust. Da kann man also wirklich sagen, das ist ein Leben lang. Ich hole mir den Stromspeicher einmal. Das ist beeindruckend. So und man ist auch, man sollte auch ein bisschen an die Zukunft denken. Erstens mal Zukunft, im März kommt die Lieferung, die noch verfügbar ist. Jetzt bitte bestellen, damit Sie da dabei sind. Rottig. Sie bezahlen natürlich auch erst, wenn es an Sie ausgeliefert wird. Ist auch wichtig, also nicht jetzt bestellen und bezahlen. Nein, wenn es an Sie ausgeliefert wird. Aber langfristig gesehen in Deutschland werden, und das ist beschlossene Sache, Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke abgeschaltet. Im Laufe der nächsten Jahre. Und viele Experten, haben Sie zu Hause sicher auch schon gelesen, sprechen dann von Versorgungsengpässen. Da kann es noch häufiger als jetzt im Moment schon zu eben Stromausfällen oder zu Versorgungslücken kommen. Und damit bereitest du dich auf alles vor, immer Strom zu haben. Ob das ein kurzfristiger Stromausfall, der mal zwei, drei Stunden geht, ob das ein längerfristiger Stromausfall ist. Und 2021 hat uns gelehrt, es kann alles passieren. Was hatten wir? Am Anfang des Jahres Schneebruch. Da waren Schneemengen hier in Niedersachsen, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wir hatten Hochwasser in Deutschland, wir hatten Windbruch. All das sind so Faktoren, die Umwelteinflüsse, die ja scheinbar sich auch verändern. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, ist schon eine Weile her, aber unser Biologie-Lehrer, beziehungsweise, Entschuldigung, Geografie-Lehrer hat uns immer gesagt, Tornados kann es in Deutschland nicht geben. Da stimmen die Wettervorher, also die Wettervoraussetzungen noch nicht, die gibt es nur in Übersee. Was haben wir mittlerweile? Wir haben Tornados, wir haben Hurricanes. Also man sieht, auch das verändert sich. Und in Amerika, das ist ein Hurricane-Tornado-Gebiet, die wissen das alle, dort sind überall solche Stromspeicher gang und gäbe. Und ich finde, das sollte auch bei uns sein. Und wenn Sie bei der nächsten verfügbaren Lieferung dabei sein wollen, dann jetzt bitte ran ans Telefon, holen Sie sich das Vorteilspack. Und nochmal, Vorteilspack heißt Solarpanel, 260 Watt, mobil, zusammenfaltbar, mitnehmbar und Stromspeicher, Anschlusskabel, Andersson-Stecker, alles, was Sie brauchen, ist mit dabei. Fünf-Meter-Kabel, also das muss nicht hier so stehen. Du kannst das also raus auf die Terrasse, Balkon stellen und für mobilen Strom. Aber du hast mit Sicherheit auch die letzten Tage oder relativ wahrscheinlich ein Schreiben von deinem Stromanbieter bekommen, oder? Letztes Jahr im Dezember schon. Ist es billiger geworden. Auch das heute Morgen übrigens ein Thema in den Nachrichten. Viele Stromanbieter kündigen die Verträge, weil der Strom ganz einfach teuer wird, weil die Bereitstellung des Stroms unter diesen Voraussetzungen gar nicht mehr gewährleistet werden kann. Auch ich habe Post von meinem Anbieter bekommen. Auch für mich wird die Kilowattstunde ab jetzt quasi, ab Januar 2022, dann auch schon wieder, ich glaube um drei Cent ungefähr, haben Sie angehoben, teurer. Und da kommt einiges zusammen. Ich sage mal, jetzt habe ich eine relativ kleine Wohnung als Single-Haushalt und dergleichen. Wenn man dann mit zwei, drei, vier Personen und dergleichen in einem Haushalt lebt, geht das ganz schön ans Portemonnaie. Da ist es doch großartig, wenn man sein eigenes Kraftwerk da stehen hat. Das ist es. Also jetzt haben wir natürlich mobilen Einsatz. Du kannst das als Baustellenstrom für das Camping, für Urlaub, für den Schrebergarten, egal wo. Wenn du eine Baggersee-Party machen willst, in der Prärie, hast du es nicht Nutzen. Aber diese Kombination kannst du auch täglich nutzen. Solarpanel raus auf den Balkon, auf die Terrasse. Dir das Tageslicht speichern und abends oder auch während es geladen wird, den Strom entnehmen und damit auch deine Haushaltskasse hier entlasten. Also wenn du, ich sage jetzt mal, die Hälfte des normalen Haushaltsstroms hier mit entnehmen und selber erzeugen kannst, dann wissen wir alle, wie viel wir im normalen Betrieb tagtäglich sparen können. Und wenn es dann mal rausgeht in den Garten oder in den Campingurlaub, dann packst du es einfach zusammen und nimmst es mit. Für mich die intelligente Lösung, neueste Technologie, aber es steht ganz groß hier. Jetzt vorbestellen. Wir sagen das immer wieder und viele sagen, ja, redet ihr nur. Es ist tatsächlich so, wie wir sagen. Und die nächste verfügbare Ladung kommt erst wieder im März. Bitte jetzt vorbestellen. 230 Volt haben wir gesagt, aber der Vollständigkeit halber. Natürlich kannst du auch USB-Geräte über USB-C, USB-A, Quick Charge und auch 12 Volt Geräte hier mit Laden betreiben. Wo immer du das möchtest, ohne räumliche Bindung, das ist einfach der moderne Strom, die Energiealternative des 21. Jahrhunderts. Ich finde es interessant, während unser Strom hier, unser Heizstrahler läuft, wird es aufgeladen. Ja, und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, den Sie mit solchen Gerätschaften haben, liebe Zuschauer. Aber nochmal für all diejenigen, die für die Bestellung am 10. Februar vorgesehen waren, gute Nachrichten werden voraussichtlich pünktlich sein. Das heißt, alle, die bestellt haben, werden bedient. Für die Herrschaften, die im März gerne dabei sein möchten, die sollten sich beeilen. Bitte die, die schon vorbestellt haben, bekommen natürlich den günstigen Preis, das ist klar. Aber schon ungefähr 70 Prozent, also ein erheblicher Teil dieser nächsten Lieferung ist schon vorbestellt. Wenn Sie den also noch haben möchten, sollten Sie nicht mehr zögern. Am besten jetzt ran ans Telefon, sich Ihre Reservierung tatsächlich eintragen lassen. Sie bekommen natürlich den günstigen Preis und sind dann im März bei der nächsten Lieferung dabei. Was danach kommt, das mögen wir tatsächlich an dieser Stelle noch nicht kommentieren. Das steht noch ein Stück weit in den Sternen. Also die Kombi-Solarpanel mit Powerpack liegt bei 1.614,99 Euro, logischerweise Porto- und Versandkosten frei geliefert. Erst dann zu bezahlen, wenn das beides bei Ihnen auch im Hof steht. Das mit der ZX 3145 und die 569. Wenn das Solarpanel für Sie nicht interessant ist, sondern Sie nur wirklich diesen Energiepack haben möchten, gibt es den natürlich auch einzeln, Ralf. Richtig, also dann ist es auch der Strom zu mitnehmen. Deshalb ziehe ich jetzt einfach mal den anderen Stecker raus. Sie sehen, das ist auch einfach. Das können wir jetzt auch in unser anderes Powerpack machen. Aber so kann ich es auch laden. Natürlich über die 230-Volt-Steckdose. Und ich habe dann sämtliche Annehmlichkeiten, die ich auch habe, den Strom zu mitnehmen. Jetzt Solarpanel ist natürlich clever, aber nicht jeder hat einen Balkon oder eine Terrasse oder die Möglichkeit, das aufzustellen. Und ich sage aber, Strom zu mitnehmen möchte ich trotzdem. Dann ist es natürlich auch einzeln zu haben. Auch hier gilt, nächste Lieferung im März, die verfügbar ist. Und alle, die vorbestellt haben, die werden bei der Lieferung natürlich, die im Februar kommt, pünktlich bedient. Das müssen wir hier auch nochmal erwähnen. Ja, und darum geht es natürlich. Deswegen machen wir natürlich auch jetzt hier gerade unser Lieferupdate, unsere Breaking News. Und wenn ich mir das hier mal so anschaue, Ralf, also da sind verschiedenste Geräte dabei, da hätte ich im Traum nicht damit gerechnet, dass man so etwas mit so einer mobilen Energiequelle bedienen kann. Und allein so ein Staubsauger. Gerade ältere Modelle haben dann gerne auch mal über 1000 Watt, so 1200 Wattgeräte und so weiter. Die brauchst du natürlich auch, um hier vernünftig zu saugen, so eine Kaffeemaschine. Ist normalerweise also auch ohne eine entsprechende Steckdose gar nicht mit Strom zu versorgen. Hier machen sie das im mobilen Bereich. Ob das natürlich auch mal so eine Kreissäge war, ob das hier im Renovierungsbereich dergleichen der Fall ist. Also all das spielt eine Rolle. Das Gerät alleine für knapp 1330 Euro, die ZX3096 und die 569, wie Ralf richtig sagte, bitte auf jeden Fall vorbestellen, wenn Sie im März bei der nächsten Lieferung noch dabei sein wollen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Das hier ist lieferbar. Richtig. Und das ist jetzt der kleine Bruder. Also wer jetzt einfach sagt, ich möchte da dabei sein oder jetzt sofort den Strom zu mitnehmen, hier sind wir lieferbar. Ebenfalls gleiche Akkutechnologie, Lithium-Eisen-Phosphat-Akku und auch hier haben wir eine Kombination. Wir sehen, wir haben jetzt das Solarpedal mit 260 Watt einfach mit angeschlossen. Und hier kannst du jetzt dauerhaft Geräte bis zu 1000 Watt anschließen. So, jetzt wären wir immer noch beim Staubsaugerwissen bei der Musikanlage. Wir haben den Laptop-Mohrmaschinen. Hier habe ich noch eine Heckenschere. Also du siehst, du hast hier auch den halben Garten, die halbe Werkstatt, ich sage mal die ganze Werkstatt und natürlich auch noch den halben Haushalt. Und wenn du es mal anhebst, wirst du sehen, es hat knapp 11 Kilo. Es ist also wirklich mobil. Das ist zumutbar. Und jetzt, während wir sprechen, lädt es gerade auf, weil das ist wieder clever. Es gibt einen Begriff, der ist auch in aller Munde, man hört es immer wieder mal, CO2-neutral. Sonnenenergie ist zu 100% CO2-neutral. Das heißt, man macht auch, wie sagt man so, schön sauberen Strom. Man schafft sich seine eigene Strominsel hier sofort lieferbar. Wer also sagt, ich möchte keine Sekunde warten, ich möchte das einfach sofort. Vielleicht fahren die ersten oder jetzt schon im Januar mal auf Campingtour. Dann hast du eben deinen Strom zu mitnehmen. Und guck mal, auch Diana, jetzt wir haben ganz einfache Geräte. Wir haben ein bisschen Musik und da vorne steht das Tablet noch dran. Und wir haben den Laptop, der plötzlich unbegrenzt in Anführungsstrichen nutzt. Hier ist Entertainment, habe ich mir sagen lassen. Was ist denn los hier? Musik kümmern Sie die ganze Zeit? Ist sie wieder am shoppen? Oder was macht sie? Ja, natürlich. Schuhe. Schuhe, 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 Schuhe geht immer. Ja, natürlich. Aber das ist doch wirklich spitzen. Schau mal, der Tablet-Computer wird aufgeladen, brauchen wir für die nächste Sendung wieder. Musik wird abgespielt. Laptop ist dabei. Arbeit unterwegs zum Beispiel. Ein Handy ist auch schon wieder leer. Ja, der Party im Garden auch dabei. Super, ich bin begeistert. Das ist doch wirklich genial. Aber ganz ehrlich, die nächste Steckdose ist da hinten irgendwo. Da weiß ich nicht, da müsste man wieder mit 20 Meter Verlängerungskabel und sonst irgendwas hantieren. Dann doch lieber so. Da stellst du mal eben auf den Tisch und das ist ein Punkt. Ich gehe wieder zum Ralf rüber. Der ist so schön, den kann man auch ohne weiteres mal irgendwo auf den Tisch stellen. Da muss man sich nicht verstehen. Das ist keine hässliche Kiste. Riesengroß und sperrig. Die ist klein, handlich und macht auch noch optisch was hier. Hält die was aus hier, Ralf? Ja, natürlich. Also wir streicheln sie zwar immer erfreundlich, aber das ist auch für eine Baustelle zu nutzen. Hier mit einer Steckdose ebenfalls zwei 230 Volt Steckdosen. Mit einer Steckdose machst du die Beleuchtung. Es ist ja jetzt noch sehr lange oder sehr früh dunkel. Und am anderen die Werkzeuggeräte. Wir haben hier Kleinigkeiten bei dir, Hanna. Aber guck mal, ich habe hier eine große Markengartenschere. Ja, also hier, die können wir auch gerne mal anschließen. Ich mache mal das Schwert weg, schalte ein. Das ist übrigens auch ganz einfach. 230 Volt zuschalten. Und jetzt brauche ich nur noch die Steckdose. Warst du den Monat schon beim Friseur? Oder sollen wir das schnell machen? Guck mal. Und jetzt hast du hier... Aber hinten bitte nicht ganz so kurz. Okay, komm. Schneiden wir mal kurz. Aber du siehst hier ganz kurz mal, da haben wir das ganz einfach. Die Power, die wir brauchen, um jetzt auch mal eine Heckenschere zu betreiben. Und das ist einfach die Flexibilität, die wir heutzutage haben. Alles hier in diesem Moment entnommen. Das ist einfach perfekt. Ja, das macht natürlich Sinn, liebe Zuschauer. Und das für 1.269,99 Euro. Ich möchte nochmal betonen an dieser Stelle, dass wir von dieser Kombination sprechen. Das heißt, dieser Powerpack der Silberne mit 300 Amperestunden und 1.100 Wattstunden für alles bis 1.000 Watt Leistung. Was sich hier anschließen lässt, kann man hier mit Strom versorgen. Und das Solarpanel mit 260 Watt ist auch noch mit dabei. Bestellen wir hierfür die ZX 3078 und die 569 und logischerweise ist das Ganze lieferbar. Das heißt, wenn Sie jetzt bestellen, ist es in wenigen Tagen bei Ihnen, ob in der Kombination oder auch mal einzeln. Genau, jetzt haben wir es natürlich nochmal einzeln. Wenn Sie keine Möglichkeit haben oder vielleicht sogar schon ein Solarpanel auf dem Balkon installiert haben, dann brauchen Sie ja kein Solarpanel, dann bestellen Sie es einzeln. Und hier haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.800 Euro. Jetzt schauen wir unseren TV-Sonderpreis im Prinzip gerade mal halbiert. Und das ist der Strom der Zukunft für mobilen Strom, für Stromausfälle, für Notfälle, auch um medizinische Geräte im Notfall mal zu betreiben, um Gartenarbeiten zu machen. Oder auch auf dem Campingplatz, du hast es vorhin gesagt, das auf den Tisch stellen. Und unabhängig von jeder anderen Stromversorgung kannst du dich hier selbst versorgen für deine USB-Geräte, also alle Mobilfunkgeräte, alle 12-Volt-Geräte und vor allem mit zwei 230-Volt-Steckdosen, Dauerbelastbarkeit bis zu 1000 Watt. Also mir fällt auf dem Campingplatz jetzt spontan kein Gerät an, was mehr als 1000 Watt brauchen würde. Und auch große Bohrmaschinen, 800 Watt, kein Problem. Wir haben vorhin die Heckenschere gesehen. Oder ich sage jetzt mal Sägen, die du brauchst, eine kleine Kreissäge, eine Stichsäge, überhaupt kein Problem. Also du kannst auch aus deiner Garage, die eigentlich keine Stromversorgung hat, eine mit Strom versorgte Werkstatt machen. Ja, und das geht denkbar einfacher, auf eine unglaublich robuste Art und Weise und das Ganze langlebig. Auch hier reden wir von Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie. Das ist die Akkutechnologie quasi des nächsten Jahres. Der nächste Jahr rehen nochmal um ein Vielfaches effektiver und vor allen Dingen effizienter als die klassischen Lithium-Ionen-Batterien, die man in den letzten Jahren immer verwendet hat. Also das Neueste vom Neuesten und das für deutlich unter 1000 Euro. Für 949,99 Euro und lieferbar. Lieferbar, lieferbar, jetzt aktuell lieferbar. Das heißt, wenn Sie jetzt zugreifen, wenn Sie jetzt kostenlos bei uns durchklingeln unter 0800, 51, 51 und dreimal die vier, kann in wenigen Tagen dieses Powerpack schon bei Ihnen zu Hause stehen. Vielleicht haben Sie ein bisschen was vor, möchten mobil unterwegs sein. Vielleicht brauchen Sie es als Energiereserve zu Hause oder ganz einfach nur, um den Kopf ein Stück weit zu beruhigen, wenn mal ein Stromausfall kommt, dass Sie hier mit Ihren elektronischen Geräten versorgen können. Spitzenklasse, was wir anbieten dürfen mit der ZX3077 und der 569. Das macht Spaß und verschafft mir ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich weiß, damit habe ich genau die Energie für unterwegs oder zu Hause, wenn mir an anderer Stelle die Energie mal ausgeht. Danke Ihnen fürs Zuschauen und für die Bestellung und haben Sie ganz viel Freude damit.